Ich hab dir recht, Niki. Sascha hat mich beklaut. Einfach beklaut. Ich weiß es nicht. Das ist... Lisa? Naja, ich mein, das ist ja nicht so schlimm. Lisa? Ihr? Ist alles okay? Nein, Karin! Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich bringe es wieder hin. Ich versprich's. Los, komm! Lass uns hier abhauen. Rann da völlig zusammen, das geht doch nicht! Wir haben ja einen gefährlichen Strafbeter genommen. Bitte! Lassen Sie das los! Sofort in Ihr Auto rein! Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit! Schönes Arschloch! Lecken! Das Arschloch, nicht die Pussy! Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen! Das Arschloch, nicht die P��! Ich bin